Guten Morgen! Wie geht's euch? Wo wart ihr denn heute Morgen? Ich habe es nicht geschafft, bei dem Bett zu kommen. Ich habe zehn Minuten gewartet, aber um Viertel vor sieben noch nicht da wart, bin ich alleine gelaufen. Das war jetzt schon das vierte Mal. Wo wart ihr denn? Es tut uns leid. Wir wollen ja kommen, aber wir waren immer zu müde. Wie schaffst du es aufzustehen? Das ist ganz einfach. Immer wenn ich laufen gehen will, denke wir an Waltraud. Wer ist Waltraud? Meine Tante, sie ist früher jeden Tag gelaufen, bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit. Ich wollte heute eigentlich auf dem Bett liegen bleiben, aber an Waltraud gedacht habe, wäre es plötzlich kein Problem, ihre Zeit herzustellen. Und das funktioniert immer? Naja, bei Laufen funktioniert sehr gut, aber Autofahrerin, ich denke nicht an sie. Sie war frischbar schlechte Autofahrerin. Was machen wir, Jennifer? Ich habe keine Tante gejoggt. Das ist ganz einfach. Immer wenn ich aufstehen will, denke wir an Nadine.